Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Ich möchte heute gerne mit euch über Rechenregeln reden. Wir müssen nämlich, wenn wir rechnen, ein paar Regeln einhalten und ich möchte euch heute die drei ersten wichtigen Regeln zeigen. Und ich glaube, dass ihr ganz viel davon wahrscheinlich schon wisst. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, keine Sorge, das ist keine großartige, schwierige Angelegenheit. Wir fangen einfach mal mit einer ganz einfachen Regel an und zwar gucken wir uns diese Aufgabe an. Wenn ihr diese Aufgabe seht, was würdet ihr machen? Naja, wahrscheinlich würdet ihr einfach anfangen zu rechnen. Und genau das machen wir auch. Wir fangen einfach mit der 5 plus 7 oben an. Die rechnen wir als erstes. 5 plus 7, das kriegt jeder hin, sind 12. Und ganz wichtig, den Rest abschreiben. Alles, womit wir nicht gerechnet haben, wir haben jetzt ja gerade nur mit der 5 plus 7 gerechnet, alles andere wird abgeschrieben. So, und als nächstes machen wir genauso weiter. Wir gucken uns wieder an, was begegnet uns vorne als erstes. Da steht jetzt 12 minus 3. 12 minus 3, wissen wir, ist 9 und der Rest wird abgeschrieben. Ganz wichtig, wie gesagt. Und genauso machen wir wieder weiter. Ich glaube, ihr habt es schon verstanden. 9 minus 4, rechnen wir als erstes. Das sind 5 und der Rest wird wieder abgeschrieben. Und genauso wieder 5 plus 2 ist 7 und der Rest wird abgeschrieben. Und 7 minus 1, wissen wir, ist 6. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach immer vorne angefangen zu rechnen und haben uns Stück für Stück für Stück für Stück runter durchgearbeitet. Einen Schritt nach dem anderen. Immer eine Sache rechnen, den Rest abschreiben. Dann die nächste Sache rechnen, den Rest abschreiben. Nächste Sache rechnen, Rest abschreiben. Wir haben im Grunde, und das ist die erste Regel, die wir beachten müssen, von links nach rechts gerechnet. Vorne anfangen, sich langsam nach hinten durcharbeiten. Jetzt wundert euch nicht, dass da dritte Regel steht, von links nach rechts. Denn es werden noch zwei weitere Regeln kommen, Regel 2 und Regel 1, die wichtiger sind, die stärker sind. Aber das ist erstmal so, die grundlegende Regel, wenn wir die haben, dann ist alles gut. Gucken wir uns mal eine nächste Aufgabe an. Stellen wir mal vor, wir hätten diese Aufgabe. 6 mal 5 plus 3 minus 4 mal 2 minus 1. Das haben wir ja gerade gelernt. Von links nach rechts rechnen. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann wäre 6 mal 5, 30, Rest abschreiben. 30 plus 3, 33, Rest abschreiben. 33 minus 4, Rest abschreiben. 29 mal 2, 58, Rest abschreiben. Und 58 minus 1 wäre 57. Und das wäre das Ergebnis. Aber, nein, das ist verboten. Warum ist das verboten, werdet ihr euch jetzt fragen? Na ja, überlegt euch mal ganz kurz, was ist eine Malaufgabe? Was ist eine Multiplikation nochmal? Eine Multiplikation ist eigentlich nichts anderes als eine verkleidete Addition. Und deswegen müssen wir in so einer Aufgabe diese Verkleidung wieder wegnehmen. Wir müssen also überlegen, was steht da eigentlich, wenn da 6 mal 5 steht? 6 mal 5 heißt eigentlich nichts anderes als, dass die 5 6 mal mit sich selbst addiert wird. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Und in der Aufgabe steht auch noch ein 4 mal 2. Und dieses 4 mal 2 muss auch wieder die Verkleidung loskriegen. Und dann steht da 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Und erst dann, wenn wir die Aufgabe so stehen haben, wird sie richtig gelöst. Ansonsten kommt leider ein falsches Ergebnis raus. Also, wann immer ihr einen Malpunkt seht oder auch eine Geteiltaufgabe, dann muss das zuerst gerechnet werden. Das heißt, aus den 6 mal 5 wird eine 30 und aus der 4 mal 2 wird eine 8. Und dann können wir wieder die Regel anwenden von links nach rechts rechnen. Jetzt haben wir ja keine Mal- oder Geteiltaufgaben mehr da. und kriegen am Ende dieses Ergebnis raus. Es ist also ganz wichtig, die Punktrechnungen, also mal und geteilt, im Vergleich zu den Strichrechnungen, also Plus und Minus, mal und geteilt hat ja Punkte und Plus und Minus sind Striche, die Punktrechnungen müssen vor den Strichrechnungen bearbeitet werden. Also, sobald in einer Aufgabe eine Punktrechnung ist, hat die Vorfahrt. Und das ist eine Regel, die ist wichtiger als die von links nach rechts Rechnung. Wir können uns das ein bisschen vorstellen, dass wir so eine Art Klammer um die Malaufgaben drumherum machen. Ist klar, okay, die hier gehören zusammen. Und damit sind wir schon bei der nächsten Rechenregel. Bei der geht es nämlich um Klammern. Stellen wir uns mal zum Beispiel diese Aufgabe vor. Klammern, habe ich gerade gesagt, sollen andeuten, diese Aufgaben gehören fest zusammen. Die dürfen nicht auseinandergerissen werden. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Heißt nämlich, wir müssen diese Klammern zuerst ausrechnen. Wir rechnen also zuerst die Klammer, wo 2 mal 3 drin steht. Das ist 6. Dann rechnen wir die Klammer, können wir gleichzeitig machen, in der 5 minus 4 steht. Das ist 1. Und ganz wichtig, der Rest wird abgeschrieben. Mit dem haben wir ja nicht gerechnet. Mit der 3 und mit der minus 2 hinten haben wir nichts gemacht. Also schreiben wir die wieder ab. Jetzt sind alle Klammern weg. Es sind alle Punkte weg. Also können wir jetzt wieder von vorne, von links nach rechts rechnen. 3 plus 6 ist 9. Der Rest abschreiben. 9 plus 1 ist 10. Der Rest abschreiben. 10 minus 2 ist 8. Und fertig. Und das ist tatsächlich jetzt erstmal die oberste Regel. Klammern gehen vor. Also, wann immer ihr in einer Aufgabe eine Klammer seht, diese Klammer hat Vorfahrt und muss zuerst berechnet werden. Wir machen mal noch ein Beispiel. Und zwar dieses hier. Und da werdet ihr ja sagen, was ist das denn? Da sind mehrere Klammern. Und zwar seht ihr runde Klammern. Und irgendwie außen drumherum sind nochmal so eckige Klammern. Auch das ist wichtig, denn es können Klammern in Klammern drin vorkommen. Das haben wir gelernt. Klammerrechnung geht vor. Da ist eine äußere Klammer. Und in dieser äußeren Klammer, in der Klammer drin, sind noch andere Klammern. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir zuerst die inneren Klammern, also die Klammern, die in anderen Klammern drin sind, rechnen. Also in diesem Fall müsste zuerst die 5 plus 2 gerechnet werden und die 5 minus 4. 5 plus 2 ist 7, 5 minus 4 ist 1 und wieder ganz wichtig, den Rest abschreiben. Jetzt gucken wir uns mal die Klammer an, die übrig geblieben ist. In der Klammer sind Punkte und Striche. Und wir wissen aus der zweiten Regel, Punktrechnung muss vor Strichrechnung gemacht werden. Wir müssen also jetzt als nächstes die 7 mal 3 und die 1 mal 1 rechnen. 7 mal 3 ist 1, 20. 1 mal 1 ist 1. Und alles andere, also auch das Minus dazwischen den beiden Malaufgaben, wird wieder mit abgeschrieben. So, und jetzt haben wir nur noch eine Klammer übrig, nämlich die riesengroße Klammer. 21 minus 1 ist 20, Minus 2 schreiben wir wieder ab und das Ergebnis, jetzt am Ende, heißt 18. Wir müssen also noch eine kleine Ergänzungsregel vornehmen. Innere Klammern gehen vor. Also wann immer eine Klammer in einer anderen Klammer drin ist, dann wird die zuerst ausgerechnet. Wenn alle Klammern weg sind, greift Regel 2, Punkt vor Strichrechnung, also wenn Punktrechnungen mal oder geteilt da sind, werden die zuerst gelöst. Und wenn alle Punktrechnungen weg sind, nur noch Strichrechnungen da sind, dann rechnen wir von links nach rechts. Diese Regeln haben eine Reihenfolge, also die wichtigste Regel ist die oberste Regel, die mit den Klammern. Danach kommt die Regel mit Punkt vor Strich und danach könnt ihr ganz normal rechnen von links nach rechts. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut. Tschüss.